4 wir haben uns dritt oder tatsächlich wir haben noch drei was soll die ist so die scheiße und kann sie natürlich wieder ein mann ja bring mich näher um ja freilich jetzt na der geht nicht an nein sauber sauber nice one also der olaf ist gut jetzt gehen wir da oben mit hin gehst du von hinten drauf oder versuch das ja da haben wir vor ich glaub der olaf ist schneller oder wow drauf da war nur in einem gebüsch irgendwo naja der jünger supporter glaube ich so jetzt mit den typen da kommt der olaf mit jetzt kommt er doch nicht mit oh warte mal noch ja ok yes sauber sehr schön ok der olaf der ist gut der gefreut mir schafft locker ich hab jetzt so ein kirksteelt locker ha 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 na ha 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 dann spiele ich nie wieder mit dir was was da verärgert also streit mit den erfahrungs wo ist dieser streitig nice killstil ja aber wenn es jetzt weiter so ja mein gott war ja okay ich bin tot jetzt haben wir doch wieder zu viert oder 1 ja bis nach 1 er dann zu viert zu viert wieder fast ja war Götze noch? Yes. What the? Alter Schwede. What the hell macht dir Schaden? Alter Schwede. Okay, der war schon jetzt durch mit dir. Wow. What the hell is this? 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 Gran Hortan Pantheon. Okay, der Pushnet Spot. Oh ja, der Pushen. Ja, Olaf ist da, sehr schön. Kommt auf, Oma. Du bleibst mir da, du. Spring, Mann! Wieso springt der dir da? Spring! Spring! Alter, spring doch, Mann! Wer ist das halt drauf? Wer ist das drauf? Wahnsinn! Yes! Dankeschön! Oh, das ist der Falsche! Okay. Ja, der Olaf macht's richtig, der potzt jetzt ruck. Kacki Christ. Und das war doch auch cool. Ein Schild oder was? Ah, das muss ich, das brauche ich. Oh, Sauber! Na, wieso können wir nicht auf die Nettartofschi fressen? Nein! Super! Ja, das war. Vielen Dank.